Herzlich Willkommen, heute bin ich hier am S. Hopperloff umgelegt und bin nach Essen gefahren. Und bloß vor Essen Hopperloff kam mir schon eine solche Durchsage, weil das Zug ab hier zur Umleitung über die rechte Strecke, die nach dem Hopperloff stimmt. Und wir halten über ein Hopperloff, Nürnberg, Hopperloff und es auch nur Kaffee im Falle. Diese Durchsage kam da ja nicht, oder ob ich sie auf den Absatztafeln da steht absolut gar nichts, dass der Zug nicht überflüssig fährt. Da steht nur zur Verwarnungsgemäße gezeugt, am besten nur zur Einzelnen Wüsten halten. Denn Wüsten ist aufgrund der Gäste, der hilft z.B. auch den Benrath zum Benrath, und die Nebenwohnspinze und auch die Vermöheil. Der ist ja sehr, sehr sehr schlecht in den Verkunft, weil der Schweizer schweigt, und auch weil der hat was schweigt, sprich weil er sich nicht an den Körbeln ist. Und ich denke, dass der eigene Fahrt, dass wir jetzt einfach wissen, dass der Schweizer so nicht zwischen Essen und dem Ruhfeld fällt. Und dann kann man ja nicht so viel verpassen, dass der hier so viel krass. Dann kann man ja die Kräste nur einmal, und dann hat er die E-Sie-Fristie dann wieder zurück in Richtung, durch die E-Sie-Fristie dann wieder zurück in Richtung, durch die E-Sie-Fristie dann rüber und essen werden. Und jetzt nicht die Kraft zu werden. Das ist der Sopfer noch hafte Zoll. Und dann kann man ja gut schauen, was die Idee ist, wie wir jetzt hier. Ja, ja.